Warum erzählt man sich schweinische Witze? Mein Freund ist eine gefürchtete Persönlichkeit in den Salons unserer Stadt. Er erzählt ordinäre Witze. Ich habe mir lange seinetwegen den Kopf zerbrochen. Ich habe den Mann studiert und seine Seele liegt vor mir wie ein offenes Buch. Er ist ein Mensch im götischen Sinne. Edel, hilfreich, gut. Er ist außerstande, irgendwem etwas Böses zu tun. Er ist immer bereit, Hilfe zu leisten, wenn er in Anspruch genommen wird. Er liebt die Menschen und die Tiere, ist freundlich, aufmerksam, ist sauber in Gesinnung und Empfinden. Und deshalb macht er so gern schweinische Witze. Ich darf wohl voraussetzen, dass Sie keine Ahnung haben, was ich meine. Ich will es Ihnen erklären. Wir Menschen der guten Gesellschaft sind gewohnt, einen Mann, der in seinen Gesprächen die Straßen der Anständigkeit verlässt, um in die streng verschlossenen Bezirke der Sexualsphäre einzubrechen, achselzuckend mit dem Worte Saukerl abzutun. Wir betrachten die Zote als Äußerung der unreinen Gesinnung eines Menschen, der sich mit dem Triebleben hinter verschlossenen Türen nicht begnügt, sondern auch noch davon spricht. Er lässt den Taten die Worte folgen. Dem ist aber nicht so. Dem ist vielmehr ganz anders. Der ordinäre Witz ist nämlich gar kein Ausdruck einer gemeinen Gesinnung, sondern er ist die schärfst geschliffene Waffe des menschlichen Geistes im Kampf gegen die Tyrannei unseres Todfeindes, die Erotik. Was Erotik ist, das brauche ich Ihnen nicht näher zu erklären. Wir haben das alles selber mitgemacht. Wir machen es noch heute mit. Naja, pardon, ich muss mich korrigieren. Ich meinerseits mache überhaupt gar nichts mehr mit. Ich bin am 7. April 1930 50 Jahre alt geworden und an jenem Tage nach einem längst vorgefassten Plan aus dem männlichen Geschlecht ausgetreten. In freiwilliger Resignation. Ich könnte noch, aber ich will nicht mehr. Sie hingegen sind jung hingegeben den Freuden der Liebe, unterworfen der Sklaverei des Trieblebens. Dabei haben Sie keine Ahnung, was für Objekte der Ausbeutung Sie sind. In tiefer Dankbarkeit betrachten Sie die Liebe als ein Gnadengeschenk der Schöpfung und wissen nicht, dass sie nichts anderes ist als der ordinärste Nepp, den die Natur an dem wehrlosen Menschenkinde ausübt, damit es ihren geheimen, geheimen Absichten dient. Die Natur will die Erhaltung der Art. Ein Zweck, der, solange kein surrogierendes chemisches Verfahren erfunden ist, nur durch die Paarung der Geschlechter erzielt werden kann. Soll also die Absicht der Natur, die Erhaltung der Spezies Mensch, durchgesetzt werden, dann müssen die Menschen zur Paarung veranlasst werden. Wie jeder Unternehmer hat die Natur das Bestreben, ihren Bedarf möglichst billig einzudecken. Aber die Natur ist schlau. So dumm und albern der Mensch sein mag, sie weiß ganz genau, er wird nicht so blöd sein, ihr Geschäft gratis zu besorgen. Damit aber der Mensch die Paarung trotzdem ohne Entgelt vollziehe, hat sie ihm die Liebe als einen Trieb ins Innere gesenkt. Sie redet ihm also ein, die Sache sei ein Vergnügen. Und jetzt geht der Idiot hin, erhält im Schweiße seines Angesichts die Art und glaubt noch in seiner Dummheit, sich einen köstlichen Genuss verschafft zu haben. Während er im Gegenteil gratis die Geschäfte der Natur besorgt. Und weil wir gerade vom Genuss reden, wo steckt eigentlich dieser Genuss? In den knappen Sekunden der Erfüllung ein magerer Genuss. Doppelt mager, wenn man an die Stunden der Pein und Entwürdigung denkt, die ihm vorausgehen. Ein ganzes Gymnasium lang verbringt der junge Mensch die Jahre mit der energierenden Erwartung der Liebe. Statt, dass er in nützlichen Dingen unterrichtet wird, dressiert ihn der Lehrer auf Erotik. Indem er ihm lyrische Gedichte einbläut. Meine Laura geht vorüber, meine Laura kennt mich nicht. Wenn du eine Rose siehst, sag ich, lass sie grüßen. Meine Ruhe ist hin, mein Herz ist schwer. Ich ging im Walde so für mich hin und so weiter und so weiter. So entsteht im Gehirn des Jünglingsmenschen eine Hypertrophie der Erotik. Und wenn er nach der Reifeprüfung das Gymnasium verlässt, sieht er sich nicht nach einem einträglichen Beruf, sondern unverzüglich nach einem Wald um. Indem er so für sich hingeht und eine Rose nicht nur grüßen, sondern auch pflücken kann. Nach der jahrelangen Qual der Erwartung setzt nun die Pein der Erfüllung ein. Wie entsetzlich sind schon die Vorbereitungsakte der Erotik die sogenannten Rendezvous. Um 5 Uhr ist der junge Mann zu der bewussten Bank im Park hinbestellt. Natürlich steht er schon um 4 Uhr dort, denn er traut seiner Uhr nicht. Der idealistische Nebel seines Gehirns lässt ihn an der Exaktheit der Mechanik zweifeln. Er fürchtet, seine Uhr könnte zurückgeblieben sein. Und es sei schon 5 Uhr, wenn die Uhr 4 Uhr zeige. Nun beginnt er zu warten. Er wartet eine Viertelstunde, er wartet eine halbe Stunde, er wartet eine Dreiviertelstunde. Jetzt zeigt seine Uhr 5. Zwar müsste es seinen früheren Zweifeln an der Zuverlässigkeit seines Chronometers gemäß logischerweise jetzt schon 6 Uhr sein. Aber was gilt die Logik einem Erotiker? Jetzt ist er geneigt anzunehmen, dass sein Zeitmesser richtig gehe und es demgemäß erst 5 Uhr sei. Sei also, dass Erscheinen der Geliebten jeden Moment erwartet werden könne. So wartet er denn weiter. Er wartet bis Viertel 6, bis Halb 6, bis Dreiviertel 6. Endlich ist es auf seiner Uhr 6. Und die Geliebte, die schon um 5 Uhr hätte da sein sollen, ist noch nicht hier. Nach seinem ursprünglichen Misstrauen gegenüber seiner Uhr müssten jetzt schon 2 Stunden nach der vereinbarten Rendezvous-Zeit verflossen sein. Aber selbst nach seinem später wiederhergestellten Vertrauen müsste es jetzt wenigstens eine Stunde über 5 sein. Warum verlässt der Jüngling also nicht empört den Schauplatz des Stelldicheins? Weil er einen neuen Standpunkt bezogen hat. Jetzt misstraut er wieder seiner Uhr und glaubt, dass sie um ein bis zwei Stunden vorauseile. Dass also noch immer begründete Hoffnungen auf das Erscheinen der Holden bestehen. Er wartet und wartet und überlegt, wird sie kommen? Wird sie nicht kommen? Wird sie ja kommen? Wird sie nein kommen? Er wartet zwei Stunden, drei Stunden. Wird sie kommen, du lieber Himmel? Und wenn sie schon kommt? Und wenn sie ihn schon küsst? Was wird eine Stunde nachher sein? Der Lateiner hat dafür eine schlagende Formel. Triste. Womit der Lateiner in präziser Form sagen will, dass der Mensch nach seiner Hingabe an die Liebe traurig werde. Ja, warum ist er denn nachher so traurig, wenn er fünf Minuten vorher noch geglaubt hat, die Krone der Schöpfung sei ihm aufgesetzt worden? Die Sache ist sehr klar. Der Mensch ist nach der Erotik traurig, weil er plötzlich erkannt hat, dass er sich durch die Erotik aus einem Geistigen in ein animalisches Wesen verwandelt hat, dass er sich um den Preis eines kurzen Genusses von der Natur für ihre Zwecke missbrauchen ließ und ihm Rausch Tathandlungen setzte, die er bei klarer Vernunft philosophisch und moralisch ablehnt. Darum ist er traurig. Aber aus dieser Traurigkeit wächst ein edler Entschluss empor. Der gestrauchelte Geist beschließt, es soll nicht mehr vorkommen. Es soll nicht, aber es kommt. Denn am nächsten Tag beginnt die Natur ihre Bauernfängerei von Neuem. Wieder gaukelt sie dem kurzen Gedächtnis des Menschen vor, wie hold die Liebe sei. Wieder geht er zum Rendezvous. Wieder wartet er vier Stunden, um zehn Sekunden zu lieben. Und wieder ereilt ihn das lateinische Triste. Dann fängt der Circulus Viciosus von Neuem an. Schamvoll sieht der denkende Mensch seinem schamlosen Treiben zu. Steil steigt ein Hass in ihm auf gegen eine Macht, die er ewig bekämpft und der er ewig unterliegt. Er verflucht seinen Todfeind, die Erotik, der er wehrlos preisgegeben ist. Halt! Nicht wehrlos! Denn der liebe Gott in seiner grenzenlosen Güte hat dem Schwachen eine Waffe in die Hand gegeben gegen den stärksten Feind. Und diese Waffe ist der Witz. Im Witz erhebt sich die Sklavenempörung des Schwachen gegen seine Tyrannen. Es gibt keine Armseligkeit, die nicht übermächtig würde gegen den stärksten Feind, wenn der Witz an ihre Seite tritt. Nimm an, du wärst ein kleiner, armer, missgestalteter Normalbürger und stündest plötzlich einem aristokratischen Husarenoffizier gegenüber. Gegenüber, du siehst eine glänzende Uniform. Du fühlst, welch ein Dreck du in seinen Augen bist und trittst scheu zurück, um den Strahlenden vorbeizulassen. In ohnmächtigem Zorn klagst du die Schöpfung an, dass sie aus dir eine Null und aus jenem einen Herrenmenschen gemacht hat. Aber während du an dir und der Welt verzweifelst, beginnt das Gnadengeschenk der Schöpfung, der Witz, in deiner Brust seine gesegnete Tätigkeit. Du schaust dir den Herrn Oberleutnant mit Säbelsporen, Sternchen, Litzchen und anderen Kinkerlitzchen nochmals genau an und beginnst zu lächeln. Zugst die Achseln und sagst dir getröstet, ach was, wenn der saure Gurken frisst und dazu Milch trinkt, hat er nachher auch Bauchweh. Weg ist der Herr Oberleutnant, fortgewischt seine Überheblichkeit, ausgelöscht dein Minderwertigkeitsgefühl, gestrichen aus dem Weltbild. Alle sozialen Ungerechtigkeiten und alles dies durch die kleine, unscheinbare, aber doch so göttliche Funktion des Witzes, der den Überwürdigen, dem Unüberwürdigen gleichmacht, indem er ihn seiner Würde entkleidet. Und die gleiche Funktion hat auch der erotische Witz, die Schweinerei, im Kampfe gegen unseren Todfeind, die Sexualität. Indem der Mensch die Erotik ihrer lyrischen Überschätzung entkleidet, nimmt er ihr die Kraft, ihn zu unterjochen. Und darum sollen wir aufhören, einen Menschen, der Zoten reißt, mit einem Achselzucken abzutun. Man kann sich die Liebe leider nicht abgewöhnen, aber indem man sich über sie lustig macht, verliert sie ihre despotischen Kräfte. Applaus